Weißt du es sofort, wenn du es jetzt so siehst? Diese Zacken weisen schon mal für mich auf eine Insel hin, weil das keine typische Landesgrenzen sind. Ich habe tatsächlich auch eine Vermutung. Ich glaube, dass sich hier ungefähr der Polarkreis befindet. Hier müsste Reykjavik sein und hier, ja doch, ich kann mich daran erinnern, es gibt ja so Namen in der Tagesschau, die spricht man so häufig vorher aus, damit man sie nicht falsch spricht. Unter anderem den Eyjafjallajökull und der müsste ungefähr hier sein. Das ist der berühmte Vulkan, der mal alles lahmgelegt hat.